Schön, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, Frau Renate Schmidt. Ja, grüße Sie. Zu Beginn Ihrer Karriere gab es ja noch keine Bezeichnungen wie Gender Pay Gap, Frauenquote. Was würden Sie denn sagen, wie hat sich die Rolle von Frauen in der Politik aus Ihrem Blickwinkel seitdem verändert? Sie hat sich stark verändert. Frauen sind heute in allen Bereichen der Politik akzeptiert, bis hin zur Bundeskanzlerin. Also es ist überhaupt keine Schwierigkeit heute, auch in Themenbereichen Karriere zu machen, die früher für Frauen nur Kopfschütteln geerntet haben. Also es hat sich viel verändert, aber es hat sich in meinen Augen nach wie vor zu wenig verändert, wenn man sieht, dass also Frauen auch heute noch unterbezahlt sind, dass Frauen auch heute noch den Löwenanteil der unbezahlten Arbeit übernehmen und viel zu wenig von der bezahlten Arbeit haben und dass Frauen heute auch von Altersarmut überproportional betroffen sind. Würden Sie dann sagen, Frauen haben es jetzt insgesamt trotzdem einfacher, zum Beispiel in der Politik? Ja, Frauen haben es heute schon einfacher in der Politik. Wie ich angefangen habe 1980 als Bundestagsabgeordnete, da waren wir in der SPD die frauenstärkste Fraktion und das bedeutete 9,2 Prozent. Und insgesamt hatte der Bundestag damals 5 Prozent Frauen. Heute sind es etwas über 30 Prozent, immer noch zu wenig. Im Bayerischen Landtag sind es noch weniger. Und da haben einige Parteien noch einen erheblichen Nachholbedarf, was den Frauenanteil betrifft. Und da muss sich noch einiges ändern. Aber insgesamt haben sie es leichter. Und es war zu meinen Zeiten so, wenn eine Frau gewagt hat, zu Themen wie Wirtschaftspolitik, Verteidigungspolitik, Außenpolitik, etwas zu sagen, dann wurde sie von den Männern schlicht und einfach nicht ernst genommen. Jetzt ist ja Kinderplanung und Karriere immer ein ganz großes Thema und auch heutzutage noch mit sehr viel Rechtfertigung verbunden. Sie haben selbst drei Kinder, wenn ich es richtig weiß. Wie war das denn bei Ihnen damals? Es war natürlich, wie ich berufstätig war und nach der Geburt meines ersten Kindes, das war 1961, ist meine Tochter geboren. 62 bin ich dann Anfang Januar wieder zurück an den Arbeitsplatz bekommen. Das war beinahe skandalös. Und als ich nach dem zweiten Kind auch noch wiedergekommen bin, weil von irgendwas mussten wir leben. Mein Mann hat studiert und wir sind beide nicht aus reichen Elternhäusern. Also das war damals in keiner Weise akzeptiert. Und es hat lange gedauert, bis ich meine männlichen Kollegen, ich war damals die einzige Frau in der Datenverarbeitung, bis ich meine männlichen Kollegen daran gewöhnt habe, dass auch eine Mutter so etwas Schwieriges wie programmieren kann. Unvorstellbar heutzutage. Ja. Was sind denn Ihre persönlichen Erfahrungen mit Gleichberechtigung in der Politik? Gab es da ein prägendes Ereignis? Nein, es gibt jetzt für mich kein prägendes Ereignis. Man hat sich durchbeißen müssen oder ich habe mich durchbeißen müssen. Es gibt viele kleine Dinge. Also meine am meisten zitierte Rede lief unter der Überschrift zur Sache Schätzchen, weil ich nämlich festgestellt habe, dass wenn ich mal zu Themen wie zum Beispiel Nachrüstungsdebatte, bin ich in einer viertelstündigen Rede, bin ich 54 Mal durch Zwischenrufe unterbrochen worden. Da können Sie nicht mehr vernünftig reden. Und dann habe ich geschaut, geht nur der Schmidt das so oder geht es anderen Kolleginnen genauso? Und habe festgestellt, immer dann, wenn Frauen nicht zu Familien- oder Bildungspolitik, also Themenbereichen reden, wo die Männer akzeptieren, dass auch Frauen was zu sagen haben, sondern zu anderen Themen, dann stieg die Zahl der Zwischenrufe und deren Qualität nahm deutlich ab. Und das habe ich mal aufgelistet und in einer Rede deutlich gemacht im Bundestag. Das war eine sehr kurze Rede, die hat sogar zu einer Doktorarbeit geführt und hat dazu geführt, dass sich manches auch geändert hat. Abschließend, wo sehen Sie denn noch Verbesserungsbedarf beim Thema Gleichstellung der Geschlechter? Ich sehe vor allen Dingen Verbesserungsbedarf dort, wo es um die Bezahlung geht. Weil Altersarmut, der wirkt man nur entgegen, wenn man während der aktiven Zeit genügend verdient hat. Und ich kann bis heute nicht verstehen, warum es weniger wert ist, einen alten Menschen zu pflegen, als eine Konstruktionszeichnung für ein Auto zu machen. Und insoweit müssen wir Arbeit anders bewerten. Und Arbeit mit Menschen ist genauso wertvoll wie Arbeit mit Dingen. Und da haben wir einen erheblichen Nachholbedarf. Frau Schmidt, vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Ansichten. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute. Danke.